Wie viele Tastenabkürzungen kennst du in Microsoft Excel? STRG C und V für Kopieren und Einfügen, vielleicht noch ein paar andere. In Excel ist es allerdings so, umso mehr Tastenabkürzungen du kannst, umso schneller und besser kannst du arbeiten. Was wäre, wenn ich dir erzählen würde, ich habe eine Tastatur, auf der ich jede einzelne Funktion in Excel abgebildet habe und mit meiner Hand direkt ausführen kann. Die Tastatur, von der ich heute spreche, nennt sich Stream Deck von Elgato. Das ist zum Beispiel die erste Seite und hier wird die Startseite in Excel abgebildet. Neben dieser Seite hat mein Stream Deck noch andere 20 oder 30 Seiten, auf denen ich wirklich jede einzelne Funktion von Excel abgebildet habe. Wenn ich etwas importieren muss, ein Knopf. Wenn ich Duplikate entfernen muss, ein Knopf. Wenn ich was fett machen muss, ein Knopf. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein eigenes Stream Deck einrichten kannst, um jede Funktion in Excel, aber auch jeden anderen Office Programm automatisieren kannst. Falls dich das jetzt interessiert, jetzt geht's los. Bevor ich dir zeige, wie das Ganze in Excel funktioniert, möchte ich dir zuerst zeigen, was überhaupt ein Stream Deck ist. Du siehst hier ein Gerät mit 32 Buttons. Jeder dieser Button ist digital, das heißt, er kann sein, was du möchtest. Hier haben wir aktuell ein paar abgebildet, das sind jeweils die Reiter in Excel, also Home, Einfügen, Zeichnen und so weiter. Wenn ich zum Beispiel auf Home draufdrücke, siehst Du alle Funktionen, die unter Home in Excel gefunden werden können. Hier oben unter Borders, also Rahmen, hast Du noch ein Untermenü, in dem alle Funktionen von Rahmen in Excel abgebildet sind. Jeder dieser Button macht etwas anderes, und zwar ganz genau das, was zugeordnet ist. Zum Beispiel Rahmen oben fügt einen Rahmen oben hinzu. Wenn ich hier wieder rausgehen möchte, bin ich wieder im ersten Menü, wenn ich nochmal rausgehe, bin ich wieder im Hauptmenü. Dieses Gerät hier ist mit USB zu meinem Computer verbunden, und am Computer sieht das Ganze so aus. Hier haben wir das Ganze digital abgebildet. Ich kann hier jeden einzelnen Button anklicken, und direkt mit dem physischen Gerät auf meinem Schreibtisch verbinden. Hier auf der rechten Seite habe ich die Funktionen, die ich einfügen kann. Zum Beispiel hier unten kann ich einen Button einfügen, der mich direkt auf eine Webseite schickt. Oder ich kann einen Hotkey einfügen. Ich ziehe den einfach hier rauf und hier runter und kann jeden Hotkey einfügen. Das ist zum Beispiel jetzt Ziffernblock löschen. Damit ich das Ganze noch grafisch anpassen kann, kann ich hier links drüben ein kleines Vorschau-Bild anpassen, oder ich habe hier einen Titel. Wenn ich es nicht mehr brauche, lösche ich das einfach hier. Wenn ich mehr als einen Hotkey benötige, kann ich das Ganze hier auf Multi-Action machen. Ich ziehe Multi-Action rauf und es öffnet sich ein neues Fenster. Das bedeutet, dass unterschiedliche Dinge nacheinander abgespielt werden. Und hier kann ich zum Beispiel mehrere Hotkeys hintereinander reinziehen. Das heißt, mit einem Button-Klick werden mehrere Hotkeys in Folge abgespielt. Wenn ich keine Funktion haben möchte, sondern unter Funktionen, kann ich hier einfach einen Ordner erstellen. Ich kann hier in meinen Ordner reingehen und noch mehr Funktionen erstellen. Das heißt, ich habe eigentlich nicht 32 Buttons, sondern mit Unterordner kann ich mir mehrere hundert oder sogar tausende Buttons erstellen. Jedes Mal, wenn ich hier drinnen irgendwas ändere, wird das direkt live auf meinem Gerät mitgeändert. Das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man damit arbeitet. Ich kann zum Beispiel hier reingehen und du siehst, hier wird das Ganze live mitbearbeitet. Jetzt haben wir also gekehrt, dass wir ein Gerät von Elgato haben, mit welchem wir mit mehreren tausend Tasten alles machen können, was wir wollen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie kann ich jede einzelne Funktion in Microsoft Excel damit steuern? Denn um das zu beantworten, musst du ein wichtiges Detail in Microsoft Excel kennen. Wir sind jetzt also in Excel und möchten zum Beispiel diesen Wert FET schreiben. Ich klicke ihn an und klicke hier oben auf FET. Alles klar. Wir wissen außerdem, dass die Tastenabkürzung eigentlich STRG B ist. Das heißt, wir stellen uns rein und drücken STRG B. So weit, so gut. Jetzt können wir unser Stream Deck verwenden. Das heißt, wir klicken hier drauf und gehen einfach hier drüben auf den Button Bold. Und tatsächlich, es wird ebenfalls FET gemacht. Das Ganze ist ja noch relativ einfach. Doch wie mache ich das Ganze, dass ich hier zum Beispiel in den oberen Rahmen reinkomme? In Microsoft Excel kannst du jede einzelne Funktion mit Tastaturabkürzungen über die Alt-Taste ansteuern. Wenn du jetzt reingehst und die Alt-Taste drückst, siehst du hier oben einzelne Buchstaben und Zahlen. Das bedeutet, so kommst du in die nächste Funktion. Unter Home siehst du jetzt ein H. Das heißt, wir klicken jetzt aufs H. Jetzt öffnen sich alle Funktionen direkt unter Home. Als nächstes benötigen wir die Rahmen. Wir drücken also hier auf das B. Und jetzt brauchen wir den Rahmen oben, also das harte P. Wir drücken drauf und diese Funktion wird ausgeführt und wir haben den Rahmen oben. Wenn ich jetzt in Stream Deck reingehe und unter Rahmen gehe und hier den oberen Rahmen nehme, habe ich hier drei Aktionen. Hier haben wir Alt, H, B und P. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich mit Multi-Actions jede einzelne Tastenabkürzungen in Excel umsetzen kann. Und das trifft sich relativ gut, da ich mit jeder Tastenabkürzung über die Alt-Taste alles machen kann, was ich möchte. Wenn ich zum Beispiel die Duplikate abfragen möchte, stelle ich mich in die erste Spalte, drücke die Alt-Taste. Ich muss hier hinten auf Daten, also drücke ich A. Ich muss hier rüber unter M, also drücke ich M. Und schon habe ich die Duplikate direkt angewählt. Und das Ganze kann ich ebenfalls mit meinem Stream Deck erledigen. Ich gehe zum Beispiel rein und gehe hier oben zurück. Dann gehe ich nochmal zurück und jetzt muss ich unter Daten gehen. Das heißt hier ganz drüben. Auf der ersten Seite ist es nicht zu finden. Ich klicke weiter und tatsächlich hier oben Remove Duplicate. Ich klicke auf Remove Duplicate und es hat genau dasselbe gemacht. Als nächstes möchte ich aus meiner Tabelle eine Pivot-Tabelle erstellen. Das heißt, ich gehe wieder raus. Ich habe ja alle Funktionen drin. Pivot-Tabellen finde ich unter Einfügen. Das heißt, ich klicke zuerst auf Einfügen und suche hier meine Pivot-Tabelle. Auf der ersten Seite ist sie nicht zu finden. Ich klicke auf die nächste Seite und hier oben in der Mitte finde ich meine Pivot-Tabelle. Einfach mal draufgeklickt und es öffnet sich hier drüben direkt die Pivot-Tabelle. In meinem Fall muss ich jetzt noch auf Table Range klicken und die Pivot-Tabelle ist erledigt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt beweisen, dass ich mit dem Ding wirklich jede Funktion in Excel ansprechen kann, solange sie in meiner Menüleiste ist. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, warum benutze ich Excel auf Englisch und habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, jede Funktion hier abzubilden? Natürlich nicht. Das Tool, das ich verwendet habe, ist von Sideshow FX und speziell für Excel gedacht. Das Ganze beinhaltet 650 Icons und ich kann es einfach für 35 Dollar kaufen. Das Ganze kann ich dann einfach direkt in Excel hier oben über Profil importieren. Das Problem dabei, es ist aktuell nur auf Englisch verfügbar. Ich wollte es allerdings unbedingt mal testen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie kann ich das Ganze kostenlos und vor allem auf Deutsch hinbekommen? Im Grunde steht zwischen mir und der völligen Automatisierung von Excel einfach nur etwas Arbeit. Obwohl das Ganze hier 650 Buttons beinhaltet, ist es ja nichts mehr als ein paar Icons, also Bildeinheiten und dann hier drunter ein paar Hotkeys. Das hier zum Beispiel ist der Hotkey Alt NPD. Das Einzige, was du also in Microsoft Excel machen musst, du stellst dich in deine Tabelle rein und suchst dir die Shortcuts raus, die du benötigst. Du brauchst natürlich nicht alle, denn du wirst wahrscheinlich immer die gleichen 10 oder 20 verwenden. Du stellst dich also hier rein und suchst zum Beispiel den Shortcuts für ein 2D Balkendiagramm. Du stellst dich einfach in deine Tabelle rein und drückst die Alt-Taste. Du musst hier oben in Einfügen rein, also drückst du N. Als nächstes musst du in die Balkendiagramme, also drückst du C1. Und schon bist du in den Balkendiagrammen drin und kannst das Erstbeste auswählen. Genau diesen Prozess machst du einfach mit jeder einzelnen Funktion, die du hier möchtest. Es ist wirklich alles möglich. Du kannst zum Beispiel mit STRG A hergehen und hier einfach nochmal auf Alt drücken. Dann möchte ich hier drüben auf alle Formate löschen. Das heißt, ich drücke H und danach drücke ich E. Und um alles zu löschen, klicke ich einfach hier Clear Formate, also F. Und alle Formate in meiner Tabelle wurden gelöscht. Neben Shortcuts sind wirklich viele weitere Dinge auf dem Stream Deck sinnvoll. Zum Beispiel kannst du über Website direkt auf deine Website gehen, auf der du öfter bist. Wenn du zum Beispiel gerne etwas googlest, gib einfach hier Google ein und als URL einfach Google.com. Wenn ich jetzt auf mein Stream Deck gehe und genau auf diesen Button drücke, öffnet sich einfach instant mein Internet und es öffnet sich Google.com. Wenn ich zum Beispiel direkt Programme aus meinem Stream Deck öffnen möchte, klicke ich hier auf Öffnen, ziehe das Ganze ebenfalls hier rüber und suche mir hier unten genau die ausführbare Datei raus. Zum Beispiel kann ich hier direkt auf das Programm Word zugreifen, indem ich einfach die Excel raussuche. Ich kann einfach hier oben auf den Button klicken und es öffnet sich in Handumdrehen Word. Wenn ich mehr als 32 Dinge machen möchte, ziehe ich mir das Ganze eben in Ordner und ziehe mir meine Funktionen zum Beispiel auch direkt in meine Ordner rein. Hier kann ich mir in wenigen Klicks Ordnerstrukturen aufbauen, mit denen ich meine Aufgaben systematisch unterteilen kann. Diese Funktionen sind natürlich nicht exklusiv zu Microsoft Excel, sondern können in jedem Programm durchgeführt werden. Vor allem andere Programme wie Teams, Outlook oder OneNote bieten sich an, da auch dort die Altfunktion funktioniert. Dieses Video ist übrigens nicht von Elgato gesponsort. Ich persönlich nutze nur das Stream Deck bereits seit Jahren, um meine Arbeit zu erleichtern. Neben der Arbeit im Büro nutze ich das Ganze zum Beispiel auch, um diese Videos aufzunehmen. Ich hoffe, ich konnte dir heute zeigen, wie du mit dem Stream Deck von Elgato deine Arbeit im Büro deutlich automatisieren und erleichtern kannst, indem du alle Funktionen hier in die echte Welt rausholst. Das Stream Deck gibt es in der großen Variante mit 32 Buttons, das Ganze gibt es aber auch deutlich kleiner. Wenn du ebenfalls Interesse hast, ich habe dir den Link dazu unten in die Videobeschreibung gepackt. Falls du das Stream Deck für andere Dinge außer Microsoft Excel benutzt, bitte schreib es mir unten in die Kommentare. Falls dich Videos rund um digitales Arbeiten interessieren, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Vor einem Jahr habe ich dir bereits gezeigt, wie ich so ein Stream Deck generell im Büro nutze. Dieses Video kannst du dir hier ansehen. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!